Lampenfieber, die Seuche der Schauspielerei. Was ist Lampenfieber? Es ist nichts anderes als Angst, sonst gar nichts. Darüber muss man sich mal im Klaren sein. Es ist Angst zu versagen. Das mit Abstand Beste gegen Lampenfieber ist die absolute Vorbereitung. Wenn man das dann hat, dann weiß man natürlich, dass die anderen das mitbekommen. Und das ist unangenehm, weil es natürlich auf eine Art unprofessionell wirkt zumindest, was es natürlich nicht ist, weil es gehört zu diesem Beruf. Lerne von den Besten auf meetyourmaster.de